Ah, man merkt, ich bin ein wenig erkältet noch. Ich glaube, das hört man an, meine Nase ist langsam wieder zu. Ich muss so langsam... Äh, endlich wieder gesund werden, ey. Das ist nämlich ein bisschen sehr anpissend. Ist hier nicht genug Strom? Nee! Oh, dann brauchen wir nochmal ein paar neue Windkrafträder. Ich habe aber nicht genug Geld dafür. Ja, GG. Du musst einfach nur eins hier hinten, glaube ich, ihn platzieren. Wenn ich gleich 6000 habe. Komm! Komm, ja! Hey! Jetzt werdet ihr aber... Werdet ihr jetzt nicht versorgt? Doch! Doch, 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 sie werden alle versorgt durch Strom. Okay, super. So, ja, hier sind noch verlassene Häuser. Ja, genau, die spawnen jetzt aber. Okay, alles gut. Alles gut. Okay. Kann ich das hier alles wieder bewohnbar machen? Das hier auch. Das ist auch weg. Das ist alles weg. Da kommt Gewerbe... Äh, Industriegebiete. Dort kommt Gewerbegebiete. Gewerbegebiet hin. Super. Die haben kein Strom. Das ist nicht so super. Ja, dann nehme ich einfach mal... Ups... eine davon. Ich nehme mal die hier. Verschiebe sie nach hier oben. Und muss jetzt hier noch einmal... ein paar davon hinbauen. Dann mache ich die mal... Das kostet zu viel. Hier sind erstmal nur so ein paar. Erstmal nach da. Eigentlich dürfte es reichen. Kann ich das hier irgendwie verbinden? Damit kann ich es verbinden? So. So. Muss ich das irgendwie hier hin machen? 400. So, schnell. Ganz schnell. Ist jetzt auch egal, ob erstmal ein paar Häuser verlassen werden oder so. Würde ich mal meinen. Ist jetzt erstmal egal. Das können wir... Darum müssen wir uns später kümmern. Das können wir jetzt nicht machen. Irgendwie. Hier brauchen wir auch noch Strom. Oh Mann. Ähm, dann führe ich mal von hier aus... Von hier aus Strom einmal hier rum. Ich fühle nicht, dass das abgerissen wird. So. Zack. Zack. Nach da. Eieiei. Meine Stadt sieht doch super aus, oder nicht? Hust, hust. Aber wir haben schon mal 2000 Bewohner. Fällt mir gerade so auf. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist echt gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen 1400. Wir können auch bald dann hoffentlich endlich mal ein Arzt-Dings bauen. Dafür hätten wir auch noch irgendein... Hier hätten wir zum Beispiel Platz dafür. Denke ich mal. Wenn ich nämlich das Stück hier... Passt da eine Arztpraxis hin? Ja, da passt locker eine hin. Das ist super. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dafür kostet... Das kostet 10.000. Ich glaube, auf die 10.000 sparen wir jetzt erstmal. Guck mal. Haben wir hin? Haben wir? Doch, doch. Der Strom läuft hier nicht mehr. Okay, ich glaube, wir können nochmal das hier nehmen und hier hinstellen. Hier dürften wir noch genug Strom haben. Das kommt nämlich auch noch von da. Da ist auch genug Strom. Alles fit. Super geil. Super, super geil. Geringe Zufriedenheit. Ja, das bauen wir alles später. Ich habe dafür jetzt... Das können wir jetzt nicht machen. Das ist das Problem. Hier kommt dann erstmal gleich die Arztpraxis hin, wenn wir die 10.000 haben. Mülldeponie. Haben wir schon eine. Eine haben wir. Genau. Das ist okay. Das kostet ja 12.000, ne? Ja. Wir haben jetzt aber auch Grundschulen. Dann haben wir auch zwei Stück. Das ist sehr gut. Wie? Die haben da keinen Strom. Die haben doch Strom. Hä? Wer meckerte? Die meckern? Nicht genug Strom, wenn nicht getan wird. Ja, ich habe doch... Habe ich doch. Eigentlich haben die genug Strom. Oder nicht? Verfügt... Oh, nee. Okay, wir brauchen davon definitiv später mehr. Wasser ist... Wasser ist genug da. Alles klar. Wasser ist genug. Wir müssen noch ein paar von den Windkrafträdern auf jeden Fall hinstellen. Hier kann zum Beispiel noch eins hin. Das treibt dann hier noch mehr den Strom an. Das ist super. Habe ich... Ja, hier irgendwie noch eins hinstellen. Also ich weiß noch nicht. Neue Dienstleistungen. Cool. Was bringt uns momentan am meisten? Ja, die... Ja, toll. Industrie aber auch. Was ist hier oben eigentlich los? Verlassenes Haus. Ja, alles klar. Darum müssen wir uns später alles kümmern. Ei, 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 ei. Die haben mir dieses Spiel gerade nicht so schwierig vorgestellt. Aber wir können halt die Arztpraxis bauen. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Das ist am wichtigsten. Danach die... Danach Feuerwehr und danach Polizei. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gesundheit hier. Uiuiui. Ist nicht so gut. Wir haben... Wir haben... Hier kommt die Arztpraxis hin. Jetzt komm schon, Machinne. Wir machen Verlust. Wir machen Verlust. Was? Warum machen wir denn Verluste? Wasser ist auch nicht genug. Wie? Wasser ist nicht genug. Was ist bei Wasser? Wasser, Verfügbarkeit. Oh Mann. Ja, okay. Rohre. Hier. Noch hier ran bauen. Das hier noch. Hier ran bauen. Kann ich das hier auch nochmal verbinden? Ja, kann nicht. Sieht irgendwie stylischer aus. So, Wasserverfügbarkeit ist wieder hoch. Okay. Kriegen wir wieder Plus? Ja, wir machen wieder Plus. Okay. Ei, 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 ei. Okay, Strom müssen wir auch... Oh Mann. Müll ist halt mega viel. Bildung ist halt auch nicht so gut. Wir brauchen mehr Grundschulen. Stadt braucht mehr Strom. Ja, alles klar. Kann ich bald mal eine neue Errungenschaft kriegen? Mann, oh. Ich brauch mehr Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zur Not müssen wir halt, wenn wir Bankrott gehen oder so, müssen wir halt alles nochmal neu machen, ne? Diesmal strukturierter. Dann weiß ich, was auf mich zukommt. Dann weiß ich, ich darf nicht so viel Geld für Schmarrn ausgeben. Ich darf nicht alles so riesig am Anfang machen. Ich darf am Anfang nur Wohngebiete machen. So ein ganz kleines Gewerbegebiet etc. Aber echt nicht viel. Echt nicht viel. Hier kommt gleich eine Windkraft... So eine Windmühle hin. Ja, wir machen wieder Plus. Das ist sehr gut. Wir machen schön Plus sogar. Sehr schön Plus machen wir. Der verfügbare Strom ist für den Arsch. Hat sich gesteigert. Okay, schon mal ein bisschen. Kommt hier gleich noch ein Windkraftwerk hin? Hier können wir auch noch... Ja, erstmal kommt hier eins hin. Müssen halt alles außenrum erstmal so Windkraftwerke machen. Oh ja, Belohnung. Schöne, schöne Sache. Schöne Sache. Okay, wir haben wieder Geld. Dann machen wir jetzt erstmal... Das Stromproblem beseitigen wir. Stadtgrenze. Kann ich die nicht? Okay. Wo ich die... Hier hin. Wo ich hier noch eine hin. Dann kriegen die hier noch eine. Und mehr kann ich jetzt erstmal nicht bauen. Neues Gebiet. Ja, Polizeiwache. Achso, ja. Jetzt will ich erstmal dieses... Was ist das denn? Friedhof. Oh. Ich will jetzt aber erstmal den hier bauen. So, wie steht es mit dem Strom? Ja, super. Verfügbarer Strom. Abwasser bräuchten wir auch nochmal neu. Grundschule müssten wir auch nochmal bauen. Müll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will jetzt erstmal... Erstmal bauen wir unbedingt eine Arztpraxis. Unbedingt. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Spielen wir das alles nochmal ein bisschen ab. Damit wir ganz schnell an die 10.000 kommen. Aber ganz schnell. Ich muss unbedingt mal was trinken. Ich hätte aber nicht erwartet, dass mir dieses Spiel so viel Spaß macht, Alter. Es macht echt Spaß. Kann man sich mal gönnen. Ich darf auch nicht mehr zu lange aufnehmen. Ich muss morgen wieder früh aufstehen. Das ist das Problem. Aber ich will jetzt noch ein bisschen im Vorrat aufnehmen. Vorrat? Voraus aufnehmen. Damit ich, ähm... Ja. Ein bisschen was hab. Morgen werde ich dann auch nochmal ein bisschen was aufnehmen. Mal gucken, wie ich das alles handle. Wie ich das alles hinkriege. Jetzt komm schon. Ich brauch 10.000. Nur 4.000. Nur 4.000. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, klar. Was haben wir hier? Wind. Ja, super. Zufriedenheit. Ja, die in... Ja, klar. Die im Wohngebiet sind nicht zufrieden. Macht Sinn. Wenn die alle sterben und abbrennen. Aber naja, okay. Aber das mit dem Strom und so alles geht momentan. Klar, das ist super. Wir haben 8.000 Geld. Ich weiß gar nicht, was hier die Währung ist. Das ist das Problem. Ja, ich weiß. Schlechte Gesundheit. Ich will doch bauen. Friedhof müssen wir dann auch noch bauen. Eieieiei. Ich weiß aber nicht, wie viel... Wie viel kostet der Friedhof? 8.000. Das geht aber eigentlich. Das geht. Komm. 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 Ja. Alle zufriedener. Wow, wie schnell sind die denn zufriedener geworden. WTF. 27 Prozent. Aber trotzdem, ey. So, dann brauchen wir als nächstes, glaube ich, echt die Polizei... Die, 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 die Feuerwehr, meine ich. Wo könnten wir die denn hinstellen? Ist hier irgendwas frei im Moment. Wir müssen erst mal gucken. Wo ist denn wieder irgendwie ein Haus weg? Einverstorben. Ja, okay. Wir brauchen auch endlich ein Dings. Wir brauchen auch endlich... ...dass sie es verlassen. Kann ich das nicht irgendwie auch so entfernen? Entfernen vielleicht? Ne, genau nicht. Okay, dann muss ich das so machen. Nein, nicht alles. So. Ist hier oben auch nochmal. Genau. Es ist hier an der Seite. Ja, da ist auch ein verlassenes Haus. Kann auch entfernt werden. Aber sonst hat sich das eigentlich ganz gut gebessert, ne? Nicht mehr so viele verlassene Häuser. Wir brauchen unbedingt einen Friedhof. Verlassenes Gewerbegebiet ist halt das Problem. Das, äh, nicht Gewerbe, Industriegebiet. Hier auch nochmal. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. So, hier hinten sind... Oh Gott. Das ist auch sehr verlassen. Ah, es ist ein bisschen problematisch, aber egal. Werden wir schon irgendwie überleben. Ist auch nochmal was verlassen. Hier das Gebiet ist auch verlassen. Hier das ist auch verlassen. Kümmern wir uns halt kurz darum. Ne, warte mal. Das hier? Ich weiß nicht, welches Gebiet das ist. Irgendwie eins von denen so. Das hier ist auch. Okay. Das hier auch. Das hier, glaube ich, auch. Irgendwie so. Und das hier. Wir können gleich auf jeden Fall die Feuerwehr bauen. Die kommt dann dorthin. Genau, okay, super. Warte mal. Feuerwehr. Friedhof benötigt. Ja, ich weiß. Aber wir brauchen auch unbedingt eine Feuerwehr. Mache ich noch plus? Ja, aber wenig plus. Ei, ei, ei. Obwohl, es geht eigentlich. Da müssen wir halt ganz... Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, wie... Ich weiß noch nicht, wie groß der Friedhof ist. Müssen wir ihn einfach mal random irgendwo hinbauen. Gleich. Nachdem wir die Feuerwehr gebaut haben. Komm schon. Mach jetzt nicht schlapp. Feuersicht. Ja, Feuersicherheit. Ich weiß. Ist nicht so gut. Komm. Ja. Alle zufrieden da wieder. Super geil. Okay, dann bauen wir als nächstes den Friedhof. Den bauen wir dann random dorthin. Können ja von hier aus... Glaube ich... Ja. Ja, hier, hier. Ein weiter hoch. Ein weiter hoch. Ein weiter hoch. Wie hatte ich das? Hier, da war doch eben. Ja. Nein. 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 Oh, komm schon. Mach das halt hier. Nach dort. Ach, warte mal. Gerade Straße. Ach, mal was. Da ist mir egal. Von hier aus dann... Ich weiß, dass ich nicht genug Geld hab. Aber das können wir... Das ändert sich ja gleich. Machen wir es einfach mal nur bis hier, damit wir gleich danach hier den Friedhof und die Polizei hinbauen können. Den Friedhof bauen wir dann hier hin, würde ich sagen. Ja, da kommt der Friedhof hin. Dann kommt hier noch so ein Riesenpark hin, würde ich sagen. Zum Friedhof. Ja, doch. Neben dem Friedhof passt. Jetzt haben wir hier alles fresh, alles fresh. Bildung. Bildung? Oh, was? Warum? Was? Okay. Oh, Müll brauchen wir... Machen wir... Ja, machen wir hier auch noch hin. Noch eine. Wohngebietszufriedenheit ist halt... Warum ist die Wohngebietszufriedenheit... Oh Mann, wir brauchen halt... Da sind auch mehr verlassene Häuser. Aber das hier sieht eigentlich alles relativ zufrieden aus, würde ich sagen. Brauchen da noch alle Polizei. Was haben die hier für Probleme? Der hier zum Beispiel. Oh, es ist abgebrannt. Oh. Ja, gut. Dann kann das hier weg. Dann kann... Das hier weg. Kann ich das Haus nicht... Kann man die Häuser nicht irgendwie leichter entfernen? Ich weiß halt nicht, wie das leichter gehen soll. Ich weiß es echt nicht. Das Haus hier weg. Das Haus ist auch verlassen. Das Haus ist auch abgebrannt. Alles klar. Hier ist noch ein verlassenes Haus. Und noch ein verlassenes Haus. Auch noch eins. Ich habe halt am Anfang viel zu schnell die ganzen Gebiete gemacht. Wodurch ich halt kein Geld mehr hatte. Weil die halt alle Wasser etc. brauchten. Das ist halt... Das war dumm. Das war echt eine doofe Idee. Das war nicht sehr gut. Das war richtig, richtig schlecht sogar. Hier ist noch ein Haus abgebrannt. Das kommt auch weg. Das Haus kommt auch weg. So. Das Haus hier kommt auch weg. Oh, verlassen. Auch verlassen. Wir brauchen nicht mehr viel. Ach, die... Hä? Hauen die Gebäude auch von alleine ab, wie es aussieht? Ich muss da gar nichts machen. Okay. Irgendwie. Also die Verlassenen zumindest, denke ich. Da eben ist einfach eins gespawnt. Einfach so, random. Kann sein, dass es automatisch funktioniert. Dass ich das hier eigentlich gar nicht machen muss. Was ich gerade mache. Aber gut. Ich mache es einfach trotzdem. Ich mache es einfach trotzdem. Ich mache es einfach trotzdem. Das kann weg. Das kann weg. Hier, das kann auch weg. Das Gewerbegebiet kann auch weg. Okay, Gewerbegebiet verhaut hier ziemlich. Da ist alles im Arsch irgendwie. Jetzt müssen wir gleich nochmal alles neu machen, wenn es hier... Eieieieieiei. So. So. Das kann auch wieder weg. Hier ist wieder eins verlassen. Hier auch. Okay, ich muss hier gleich... Alter Vater. Zu viele verlassene Häuser. Viel zu viele verlassene Häuser. Shit. Komme ich ins Minus? Ich weiß es nicht. Nee, noch nicht. Eieieieiei. Was ist denn das? Die Gewerbegebiete lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Ich muss mich jetzt erstmal um die normalen Gebiete hier kümmern. Scheiß auf die Gewerbegebiete. Da ist einer zufrieden. Okay. Wir müssen halt noch die Toten transportieren. Das ist halt das Problem. tin. Das ist halt das Problem.